Ich zeige, du zeigst, er, sie, es zeigt, wir zeigen, ihr zeigt, sie zeigen. Zöli shüyao Jinjie Shouke, Genzijie Shouke. Soi wo geni kan de Shoufa shi, ich zeige es dir, ho, ich zeige dir das. 根据人 yu名字的性別来决定用正确的定管之后人生代字. 我有东西要给你看是, ich zeige dir etwas. 他的名字是音信的, die Vorführung. 这是其中一个相近的名字. 基本的句子, ich zeige dir das. Ich zeige dir das nicht. 基本的文句, zeigst du mir das? 情境,两个成用的句型是直接加名词, 或加都好且用一文词继续. Ich zeige dir die Universität. Ich zeige dir wo das Postamt ist. 命令是, zeige es, zeige es, ho, she, fu, shu, zeigt es. 加上情态 zu动词, kannst du mir das zeigen? Ich muss dir etwas zeigen. 常用的时代,现在是, ich zeige dir das. 现在完成是, ich habe dir das gezeigt. 未来是, ich werde dir das zeigen. 不常用的时代,过去是, ich zeigte dir das. 过去完成是, ich hatte dir das gezeigt. 未来完成是, ich werde dir das gezeigt haben.